Mann, die erste Klasse ist echt klasse. Du wirst es noch schöner finden, wenn ihr euer Quartier gesehen habt. Anscheinend sind wir auf dem Fiesta-Deck. Erste Klasse, zweite Klasse. Zwischendeck. Wäscherein. Schiffsinneres. Fiesta-Deck. Das muss es sein. Na ja, jedenfalls haben wir ein Fenster. Ja, du Auspuff, fernhalten. Tja, ich kann diese Kabine nicht ausstehen und alle, die hier sind. Wenn er mich entschuldigt, ich mache einen Ausflug rüber ins Casino für die nächsten 135 Stunden. Und ich werde am Buffet eine Fischsuppe reinlöffeln. Ganz in Anschein, als wärst du jetzt mit deinem angeblichen Verlobten ganz allein auf einer romantischen Kreuzfahrt. Nimm den Arm da weg oder ich breche ihn dir ab. Okay. Captain auf Inspektionsgang.